hey leute eskaliert hier zurück mit einem neuen video es ist masquerade wen haben wir denn wir schauen mal vorgestellt sind justitia und margiana margiana ist natürlich weltklasse aber liana wird man natürlich auch nehmen grim hammer kargan ganz ganz wichtig ich habe kargan auf 370 fast und wird den dann hochziehen für rush quintus ja ist ein film war aber es bisschen outdated halt aber für rush bestimmt auch nicht schlecht also wenn er der knallt ja schon auf vivica wird man nehmen auf jeden fall also die firma wird man alle nehmen vor allem halt auch magny elkanen wäre richtig richtig geil buril hammer das kammer dorn das kostüm natürlich wahrscheinlich nicht level june hammer richard war auch nicht schlecht aber und braucht man nicht damit ja natürlich film war ja in hammer den mach mal gerade das kostüm rassel kopf hammer glaubt kardilin wäre natürlich richtig geil bildet amas karlatham kaschwek hammer buritak hammer melendor hammer asla ja weiß gar nicht warte mal 410 wenn weniger als 50 prozent so als finisher in rasch ja gormick wer geil elena hammer in hammer da mache ich demnächst auch im zweiten ja rigatz brauchen wir immer zwei drei stück brauchst gormick wer richtig geil halt für minions ist anja haben wir brauchen karlatham leonidas natürlich in hammer horgal ja also ich werde ihn nicht machen von dem herr kohlen hammer jahang jahama holma hammer little john hammer glaubt katmon hat der wäre wichtig ja einfach für kostüm bonus und magny natürlich ich würde denn also würde ich magny dann leveln ja wahrscheinlich wahrscheinlich aber er müsste warten weil jetzt habe ich theobald gemacht ich könnte ich glaube ich brauche noch zwei mats und dann könnte ich noch mal einen blauen hochziehen die minus 34 prozent verteidigung sind halt schon nice im normalen modus macht dafür 20 schaden und 63 ja wegen kostüm bonus halten also hier ist mehr schaden und hier ist mehr moment da boostet da und das jetzt darunter beim gegner ok genau ja wie gesagt aber um das richtig durchstarten zu können wir haben jetzt drei kaufen wollen wir nur bedingt wir müssen das spielen natürlich um ein paar schlüssel zu kriegen wir haben was haben wir 1300 1300 1300 die sind alle grün am anfang die ersten drei entschuldigung die ersten drei stufen sind grün wir nehmen mit dem können sie nichts tun das ist gut ich versuche mal ich versuche mal aber dann brauchen wir ein bisschen mehr durchschlagskraft noch oder nehmen wir noch einen arassel mit jetzt sind wir halt schon völlig overpowered nehmen wir noch einen heiler mit nehmen wir noch einen heiler mit das macht sehr geil sehr gehe halt oder einen heiler für alle nehmen wir noch mit okay jetzt sind wir natürlich schon drüber aber wir machen das einfach mal ich meine ja kann man das nur mit drei sterne spielen natürlich wieso mache ich es nicht ja keine ahnung ich also ich spiele es halt einfach jetzt mal ich bin ja schon runter mein Gott jetzt schauen wir uns an was Balba macht er zerstört ihn wir legen in schlafen klappt nicht oder steht da schläft aber wenn er schaden kriegt dann versuchen wir mal ihm keinen schaden zu geben geht nicht egal wacht auf ist schon aufgewacht brennt achso ja klar rassel aber jetzt haben wir das auch mal in action gesehen in guten Balba der das auf spiel auf auf den gegner macht den schlaf 2 5 beide sind grün beide entgegner ich glaube jetzt sind es 2 2 5 in dem cilium mit und ach Gott ach Gott wir lassen uns ein Regat wieder und fertig jetzt bin ich auf 2 2 entschuldigung immer noch krank das sei scheiße es geht gar nicht mehr weg fucking Notarzt heute Nacht da gewesen mein Herz wieder rumgesponnen Leute ich sag's euch die beste Krankheit ist nix ey die beste Krankheit ist nix deswegen feiert das Leben jeden verdammten Tag einfach feiern morgens aufstehen lachen und sich denken what the fuck ich bin mal richtig geil ich kann den Tag machen nearby enemies oder ah ok ja Achtung hat er geiles special haben sich wieder was einfallen lassen ey IP ist einfach gut Geldgeier machen sie das Spiel kaputt wo möglich ist es trotzdem geil ist es trotzdem geil ja so so kriegen wir ja kein grün mehr oder was kriegen wir überhaupt nichts mehr was wir brauchen hier ok also übertreiben darf man es da auch nicht mit äh ich gehe mit schwachen rein ne wir sehen es hier schon muss jetzt schon hoch heilen dass wenn es 3 5 sagt also wenigstens gelevelt sollten sie vielleicht sein klingeln 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 Das ist halt echt tricky. Sobald du ihn anspielst, schwacht er wieder auf. Ich weiß nicht, werde ich nicht leveln. Das ist gerade für Leute wie mich, die mit dem Nachdenken nicht so unterwegs sind, sondern einfach halt nur zocken. Ist das vielleicht eher nicht förderlich. Russell hingegen werde ich machen. Vielleicht ziehen wir heute Marjana Kostüm. Dann machen wir Marjana natürlich auch. Aber erstmal den Dicken fertig. Denkt man noch vier Tage, drei Tage, dann ist er durch. So, 3,7. Jetzt schauen wir mal schnell. Was wir hier haben. Wir haben in der dritten Stufe Magni Cadillen. Magni Cadillen. Magni Cadillen runter her. Jawohl. Dodge weg. Er dodgt sie überhaupt. Hier in der Maskerade weiß ich gar nicht. 3,7. Entschuldigung. Entschuldigung. So, gehen wir rein. Blau. Bringt überhaupt nix. Oh man, ist nicht mal da. Grün freu ich mal. Machen wir es doch. So, und ich kann mal 13. So, und ich kann mal 13. Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Genau. Dann let's go. Okay. Wir haben hier grün und rot. Und diamanten. Versaut. Hab ich mir jetzt den Diamanten versaut. Dann geht's noch ein paar Mal. Also, wir machen hier. Okay. Und dort SNP wird ne ISHOB. Das ist noch alles. Dann machen wir das noch mal in der Laufe. Man hoping mal ein paar Malen. Und ihr war es doch noch ein paar Malen. Tschüss. Oder oder? Dann können wir das noch mal. Dann gehen wir das noch mal an. Okay. Dann können wir das noch mal nach. Und dann werden wir das noch mal. Dann können wir den Statuss für das malen. Und dann machen wir das mal mit. Und dann, das ist das noch ganz gut. So, und jetzt schauen wir langsam, wir sind in Welle 3 von 4. Wir machen Lila weg, befreien uns von Gelb, oh schön, das ist immer gut, immer gut, immer gut. Machen jetzt aber hier und gucken, dass wir irgendwie Blau wegkriegen, hier ist viel Blau. In, an und an, in Diamanten. Ah, schauen wir. Nein. Ja, im Prinzip ist es egal. Da haben wir wieder. Und, patsch, jawohl. Oh, sorry Leute. Ich bin nicht ganz da, hab grad einen Diamanten gemacht mit einem Stein in der Farbe. Na, also. Da ist er doch schon weg. Na, und er fährt auch. So. Okay, ich muss das Video mal unterbrechen. Äh, wir spielen die gleich, die anderen 2, äh 3, weil mein Speicher ist ziemlich voll, das fällt mir grade ein. Muss erst mal bereinigen, dass hier nicht die Aufnahme irgendwie abspackt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut ihr rein. Bis dann. Euer Eskalier. Euer Eskalier.